Nice Dude, der total schön. Ich kenn ihn nicht, aber das Standbild ist on point. Ich find das Standbild so... Entschuldigung. Also, nicht böse, nicht auf böse auffassen. Ja, aber das Standbild ist on point. Twitch Clips, hast du gut gemacht. Also, aber nicht böse gemeint, ja. Also ich mag... Vielleicht komm, mag ich ihn ja. Kein Bock auf Twitch, aber Bock auf Clips, kein Problem. Hol dir eben noch Popcorn und Chips. Füße hoch, jetzt kommen Clips so gestört wie nie, auserwählt von Twitch Clips Germany. Okay, ich mag ihn. Nicer Move, also nice, nice rhymes. Äh, klar darf man mitspielen, Lexi. Ja, den guten Bautzner Senf. Ich will nicht mehr. Also, mal abgesehen davon, dass es echt widerlich ist, einen ganzen großen... Wenn der Denkprozess nicht bürbelt. Einen ganz... Einen Esslöffel... Ähm... Einen Esslöffel Senf zu essen. Und ich weiß nicht, wie viel er schon vorher hatte, weil es scheint ja schon irgendwie ne... Er will nicht mehr. Also hat er schon mal ein paar gegessen. Aber Bautzner Senf ist jetzt echt nicht scharf. Löwensenf hingegen, die scharfe Variante, da brennt dir alles weg. Okay, er übertreibt. Also... Also... Ich würde jetzt mich nicht hinstellen und sagen, ich würde es auch machen. Vielleicht ein neues Sub-Ziel. Lexi, erinnere mich mal bitte... Ja, das war aber nicht scharf. Das war der mittelscharfe. Ähm... Lexi, erinnere mich mal bitte daran... Ähm... Über ein neues Sub-Ziel. Ja. 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 Aber, äh... Erinnere mich mal daran, ein neues Sub-Ziel zu, Bustin. Also... Senf ist Pfuh? Senf ist geil! Hi, Nila! Ja, was ja voll doof ist, weil... Die sah ja so... Roll! Ich liebe Ragdoll. Nein! Oh mein Gott, sein Kopf ist ab! Echt, sein Kopf ist ab! Dran! Wir müssen näher ran. Wir sind mal wie Zielscheiben. Ja, richtig, aber die haben... Hahaha! 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 Oh geil! Wir müssen näher ran. Hier sind wir wie Zielscheiben. Ja, das recht. Paff! Kopfschuss weg! Geil! Nein! Das geht... Ich bin Zweiter geworden. Das ist das beste Beispiel dafür. Feier erst den Sieg, wenn du durch die Ziel... über die Ziellinie weg bist. Nicht vorher! Dann wäre das nämlich nicht passiert, glaube ich. losen, dann nach Giphol, dann von Giphol umdrehen, wieder zurück nach Klo und dann über die braune Route... Ähm... Achso, ich wollte gerade sagen, Flight Simulator, was spielt er da? Aber... Aber dann über die braune Route. Okay! Ja, ich glaube, da hätte ich auch angefangen zu lachen. Hahaha! Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Das war sein Ernst? Oh mein Gott! Komm ohne her! Oh mein Gott! Hahaha! Wie? Loll! Er ist da durch die... durch das Ding geglitscht. Und denkt so... Oh, dann warte ich halt hier, bis das Ding hochfährt und haut ihm erstmal das Messer ins Gesicht. Äh, schwer, Entschuldigung. Sam, drück mal Alt. Ja, Nima. Und ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob du das... Das ist auch so ein Meme oder so ein Video-Ding, so ein... Ja? Wo ein Motorradfahrer, ja, als erstes in die Zielgerade in die Zielgerade einbiegt und dann anfängt so, wow, übelst abzufeiern, übelst abzugehen und in dem Moment, wo er anfängt zu feiern, haut an ihm einer vorbei und wird erster. Wo ich mir denke so... Ja, Bro. Dein Problem. Hey, Yoshi! Oder der Motorradfahrer eine Runde zu früh gejubelt hat? Okay, den kenn ich nicht. Was passiert dann? Ich werde gerne eine Bahn bezahlen, holt die Kupfermünzen raus, gedrückt halten. Ach, stimmt! Warte, oder hatten wir das schon? Und jetzt F4. F4. Nee. Wie kann man denn immer noch, also nach Jahren, immer noch auf, ja, drück mal Alt und dann F4 reinfallen? Also, ihr könntet das noch so gut verpacken. Ich würde Alt und F4 nie, niemals, auch nur ansatzweise, in einer Verbindung zusammendrücken. Da würde ich sagen, aber habt ihr sie noch alle? Du voll Idiot, sehr gut, du fährst über Rot, du voll Idiot, du fährst über Rot, du voll Idiot. Cooler Swing? Nice? Beim Fahrlehrer TV finde ich halt auch geil. rot, du voll Idiot. So. Nice. Scheiße, das war ja im Ofen, deswegen ist das heiß. Scheiße, das war ja im Ofen, deswegen ist das heiß. Gut. Gut. Finde ich gut. Scheiße, das war ja im Ofen, deswegen ist das heiß. Feinlich. Oh, Gilbert. It's magic. Laborige, ein heißes Glas sieht aus wie kaltes Glas, tut mir aber mehr Aua. Ich hätte mich auch safe verbrannt, okay? Okay. It's a kind of magic, it's magic. Magic. Entschuldigung. Ähm. So, dann gucken wir uns mal Holly L.P. an. Gleich ist mein Channel, aber sowas von Weckl Strike. Und dann schau ich nur du rum her. Ha! 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 Ja, es kommt Musik, äh, Musik im Radio. Zack, zerschießt das Radio. Ha! 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 Ja! What the fuck? Ha! Hilfe! Hilfe! Hallo! Hilfe! Äh, ne, du! Was zum Teufel? Äh, ne, du! Äh, es… Also, es gibt ne Funktion, die nennt sich Escape und dann neu setzen dann kommt passiert sowas nicht ok geht ich habe durchfall des todes von der hakrolle ich weiß nicht wie viel salz ich habe keine ahnung wie viel salz da muss auch mehr salz aber ich weiß nicht wie viel salz alter denn du bist geil du bist einfach klasse ja ich dachte erst kippt also ich habe erst gedacht sie kippt und auf einmal macht so und da landet alles salz drin aber sie hat zeit genauso gemacht nur zeitverzögert keine ahnung wie viel salz da reinkommt ich schütte einfach mal ja ich glaube der teller ist hat geschlafen aber ich find bald geil wie sie sich erschreckt und hat eigentlich fast gleiche Reaktion bei der Katze das ist total geil aber ne Pussycam find ich auch cool also also wir gucken weiter wieso denn jetzt schon wieder ein Aki don't ich ich mein natürlich ja ist ja gut als wenn es zu spät ist macht die zwei Faktor Autodidentifi Autodidentifi Authentifizierung wollte sie sagen die zwei Faktor Authentifizierung ja du bist so gut ja sie hat's das Timing einfach das war tatsächlich ein sehr gutes Timing mit der Stimme kann ich den ganzen Tag reden das ist absolut gar kein Problem ich werde dann auch absolut nicht heißer von aber es nervt mich wirklich auf Dauer selbst ich könnte mir dann wirklich selbst ins Gesicht schlagen ja verstehe ich überhaupt nicht komm gleich du bist so gut können wir das Intro nochmal kriegen können wir das Intro nochmal kriegen bitte Janik sorry kennst du das letzte Tropfen wenn du saugst ja und dann wegnimmst und dann liegt der letzte Tropfen mit Moment das muss sie mir jetzt erklären kennst du das wenn du den letzten Tropfen saugst ich glaube sie hat selber gemerkt was sie gesagt hat oh Scotty besser Mann ja okay oh Scotty ist schön ich bin immer noch der Tropfen nee du kannst dich nicht aufhaben du bist voll du kannst nur 500 Blattscherze haben das war wieder was Dummes nein du rennst ja ständig über die gleichen Splitter ja ja aber schön aber es ja in sieben Sekunden kommen meine Bratans nicht Trainstession Bratuhn Bratuhn da hier da hier WTF Moment da hier WTF LOL LOL sein Helikopter aus dem er ausgestiegen ist hat ihn gekellt das muss man erst mal schaffen 10 von 10 würde ich sagen das war gerade ein das war gerade ein eiskalter self-geal das ist der Typ packt oh Gott da passiert ja so vier auf einmal oh oh mein weg rost oh oh nein guapo guapo oh nein guapo was ist los alles brennt also das Pferd okay aber denn auch noch sein Schoßkrokodil ist halt echt bitter Puzzi I feel with you I feel with you er hat legs er hat legs er hat legs nein ich habe einen Verbindungsabbruch wie was und jetzt macht man so ach du scheiße das geht ja übelst in die Beine ich muss sagen ey dass du so will in den Beinen leck mich am Arsch holy shit na Jen komm weitermachen hab zu wenig platz hinter mir und ihr würdet es eh nicht sehen weil ich die Kamera nicht runterstellen kann weil sonst mal eine Lampe da oben runter fliegt also die da die mich anstrahlt dann baue halt um ich baue doch jetzt nicht im Stream mein mein Setting hier um ich irgendwann kommt noch eine zweite Kamera dann können wir das machen kein Thema aber aktuell halt nicht ich höre nur Ausreden okay ihr spendet mir 350 Euro dann habe ich eine zweite Kamera und dann können wir das machen dann ist das kein Thema wir wollen Aki sehen äh Insta ja Leute mach eine Insta äh äh meine Knie sind kaputt ich komm nicht mal wahrscheinlich so weit runter geschweige denn ja ich müsste meine Bandagen anziehen aber ich ja mal gucken also das war ja auch nur ein Witz Texaschuh ähm machen wir es so I try it I try it ich werde es ich werde machen wir es so ich versuche es mit Bandagen anders komme ich anders würde ich es nicht hinkriegen anders würden glaube ich meine Knie rausspringen ähm ich höre nur Mimimi Texa wir können ja die Knie tauschen ähm machen wir es so ich mach es und Twitch Clips falls du das sehen solltest bitte guck dann nicht auf auf Insta aber ähm ich mach es ich werde es auf Insta posten ähm aber frühestens morgen Abend allerfrühestens nein dann ist er auch noch da ich guck nicht hin ja genau als ob meine Community dir nicht irgendwie was zuspielen würde äh oh nee ey okay also äh ich werde es ich ich verspreche euch ja ohne Subzi ohne irgendwas ohne irgendwelche äh Sachen ja genau morgen Abend bis PNP deswegen nach der Arbeit werde ich es versuchen ich meine das mit Insta ich werde dann äh den Crap Dance werde mir das nochmal angucken ich werde mir den Crap Dance nochmal angucken wie es funktioniert werde mir eine Bandage für die Knie anziehen und werde es auf werde es auf Insta hochladen äh das im Stream geht nicht wegen der Camp ja äh bei mir ist es tatsächlich so dass ich es halt nicht äh ich habe das Lied auf Twitter gepostet okay danke dass du mir noch so in den Rücken fällst warte hier ist ein Messer Twitch Clips gut also gucken wir oh ne warum warum sag ich sowas immer wieder warum tue ich mir das immer selber an ja äh gucken wir weiter würde ich sagen das Schlimme ist das ist jetzt schwarz auf weiß das gilt also nicht schwarz auf weiß das ist on demand und im Video und ja vergesst es ich werde es machen am Morgen jetzt morgen machen also ähm ja bis Samstag Winster he he weil du uns lieb hast mal gucken ja Mischi äh ganz kurz das ist nicht was man da eben mal so macht man sollte sich vorher schon ein bisschen warm machen weil gerade gerade hier äh scheiße gerade ah verdammt man sieht's nicht egal gerade so im Knie Oberschenkel das ist halt nicht so einfach das geht ganz schön auf die das geht ganz schön auf die äh Beinmuskulatur zum Glück habe ich einen stehenden Beruf und meine Beine sind eh scheiße und fertig aber von daher egal ich hab's versprochen aber krass aber wie lange Mauki das durchhält ist echt krass wie kann ich denn Leute einweiten in Space einweiten ja wie warum muss ich da drücken dafür ja Space letter ach Space ich dachte immer oh lol ich dachte immer was für was für Weltraum Digga was wollen die denn von mir Alter oh Gott das ist wie also drücke Space zum Invite das ist wie mit was ist Lumsch was ist die Taste Lumsch Entschuldigung der muss jetzt sein Q umzudrehen ähm what the fuck äh also dieser Gas Station Simulator hat es echt in sich also toll programmiert müsste ich auch mal spielen glaube ich ich mach's für Geld oh Gott der Clip dein Ernst oh der Clip dein Ernst oh Gott so aus dem Kontext gerissen ich geh kaputt ja ja das passiert halt bei Clips Clips werden immer grundsätzlich auf den Content gerissen Ello da ist da ist noch ein paar drin wo sind die Gummihand drin da ist das das einzige wo du hier Content rausziehst und so wurde und so wurde sie bekannt als die Frau die so Geld macht ja ja und ja genauso wie Kim der Makrelentyp hallo guten Tag ich bin guter Content äh äh so jetzt ist vorbei mit gutem Content jetzt müsst ihr wieder mich ertragen oh Schackes ja Bruder ich reite schon bist du da warte ich warte ich warte äh Digga wo bin ich ich bin ganz oben Alter ich flieg kein Witz wow ähm ne ne du stirbst also bist du schon geimpft oder wie stehst du dazu ich bin geimpft und ich stehe dazu honk hm Erik echt genau Matteo doch Matteo äh Matteo ist doch ein hübscher Bastard komm äh ich kann äh wissen eine an einem Abend kein Thema stell mir zwei hin und die sind innerhalb von einer Stunde weg vielleicht ja halbe dreiviertel ja veredert immer also wenn ich's drauf anlege oooohh 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 okay okay lol 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 er ist echt auf die Rakete gesprungen leute er ist ernsthaft auf die Rakete gekommen wie geil ist das denn bitte kränke kränke 50% kränke was ja was ja ja man wo kommt das denn her ja damit hab ich null gerechnet ja aber ich weiß Erik 50% 50% ähm das Problem ist ich kenne mich echt nicht mit sowas aus für mich sind das alles Pew Pew Pews und jeder von denen hat eine andere Pew 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 Way Show also die macht Pew 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 die da macht Pew 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 ähm und dann gibt's noch die Schrottis die machen Pew Pew äh schön dass wir drüber gesprochen haben oh geil oh geil Kata ist ja Kata ist ja echt putzig oh ist das süß Kim ohne Fisch davor könnte schon sein das ist ja ha 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 der war der Blick ha 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 der Blick war ja gold was war das was war das oh 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 lebt er noch okay hat hat eure lady umgebracht ja wie läuft das jetzt auf der Playstation wie sieht denn das da aus Rebirth danke für den zweiten Monat Stick Move wo läuft er dann hin hey wo läufst du denn hin глав tip da Carol Ich liebe diese Flaschen, wo sie so ein Nuckelding haben. Den kann man so machen. Ja. Es fühlt sich so an, als würde einen jemand in den Mund pinkeln. Das ist voll geil. Moment. Wait, what? Was zur Hölle? Roffle Girl. Okay, Name ist Programm. Als würde einen jemand in den Mund pinkeln. Das ist voll geil. Ja, jeder hat seine Kings. Also, wenn sie Spaß dran hat. Wer sind wir, die da was gegen haben oder sagen könnten? Also, have fun. Das ist dasselbe Mikrofon, wie bei der Spiele-Sause. Ganz genau. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören, damit hier herum zu pummeln. Hi, wie viele Finger kriege ich da rein? Das ist falsch. Hi. Wie viele Finger kriege ich da rein? Das ist falsch. Das ist Funk, wie er lebt und lebt. Ich mag ihn. Funk ist einfach geil. Wenn ich überlege, dass ich bis vor kurzem, eigentlich bis Horde ein, naja, kurz davor wahrscheinlich, nicht so wirklich viel von ihm mitgekriegt habe und eigentlich so, wer ist das? Und jetzt eigentlich so denke ich so, Funk ist so eine coole Sau. Ich mag ihn total. Aber Respekt, wie der, wie, guckt mal, wie der hoch geht. Ja? Oh, 94, ohlala, zack. Und jetzt auf einmal. Ja? Ja? Ja, er muss sich erst mal, er muss ihn erst mal abrufen. Alles kein Thema. 105, 116, 123, 126, 129, 32. Und ich glaube, das ging noch weiter. Also, die Zahl war schon gut. Ich bin auf die Wette drauf eingegangen. Anne? Was ist das? Ach, das ist dieser Pizza-Hawaii-Drink? Boah, Alter. Das geht ja... Ja, man sieht's ja, man liest es ja. Pizza-Hawaii steht ja dabei. Pizza-Hawaii steht ja dabei. Hey! Ich kann richtig reiben. Ähm... Ja, ähm, also... Ich mag... Also, er schießt mich, steinigt mich, was immer. Ja, ich mag Pizza-Hawaii. Ich liebe sie sogar. Sie schmeckt unfassbar gut. Team Pro Pizza-Hawaii. Ja? Aber das würde selbst ich nicht tun. Essen? Kein Thema. Trinken? Schwierig. Hey! Wir machen eine Gruppe auf. Team Pizza-Hawaii. Einfach Pizza in den Mixer! Ja, ich bin mal jetzt echt gespannt, was Anne macht. Klink. Da sind Vitamine drin. Und das ist gut fühltig. Nee, da ist gar nichts mehr drin. Komplett widerlich. Okay, das Gesicht ist unschützig. Aber ich sag ja, der erste ist auch gar nicht das Schlimme. Da denkt man noch, irgendwie wird's schon gehen. Das Problem ist ja, sie hat eine Wette draus gemacht. Jetzt muss sie den Komplett trinken. Erstmal. Erstmal Alkohol nachgeben. Oh, Anne ist so hart. Oh, ist das geil. Aber valide Reaktion. Ist das ein sexy Teddybär? Hä? Dann liegt das hier so. Und hier ist der Arsch. Quasi so hier. Weil es ist ja ein sexy Teddybär. So. Hä? Ja? Und hier geht das andere Teddybeinchen hoch. Ärmchen sind hier irgendwie wahrscheinlich so angewinkelt. So. Aha. Und hier ist Popperze. Ne? So. Sexy, sexy Teddybär. Da bräuchte ich noch so Teddymoppis drauf. So. Hm. Hm. Sehr sexy, ne? Ne. Also, mal ganz ehrlich. Dafür, dass das eben mal so schnell hingekleert wurde. Schackis kann echt gut zeichnen. Also, Respekt dafür. Also, er hat jetzt nur Striche gezogen. Aber trotzdem, dafür war es echt gut. Schackis. Ich muss sagen, Schackis ist wirklich ein super lieber Typ, ne? Also, ich hab mich ja in Schackis... In Schackis hab ich mich ja genauso wie in Gork direkt verliebt. Muss ich sagen. Also, ich glaub, wenn wir auch mal ordentlich einen drin haben, würden wir uns auch mal küssen. Horro? Wette, steht. Wir sprechen und... Nein, das ist gut. Alter. Krass. Diese Überreaktion der Jungs. Ich bin ehrlich, ja? Ich bin jetzt auch nicht so schreckhaft, ja? Aber es gibt halt Menschen, die halt das extrem... Bei denen ist das halt wirklich extrem. Und ich find's halt nicht ganz so gut, dass sich die Jungs darüber lustig machen. Also, ja, sie machen sich darüber lustig, weil die Jungs gar nicht schreckhaft. Zumindest nicht bei Fasmo. Irgendwann ist es bei mir halt auch so, dass ich halt sag, okay, hey, ja, der Puls geht ein bisschen hoch, aber ich würd jetzt nicht so... So ne Reaktion. So ne Reaktion. So ne Reaktion. So ne Reaktion. Nein. Jumpscares ist was anderes. Jumpscares ist was anderes. Also wirklich richtig Jumpscares. Nein, 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 ich rede nicht von einem, also ich rede jetzt von diesen, äh, diesen, äh, Fasmo, da erscheint ein Geist erschreckern. Äh, ich find persönlich, ich find's nicht, ich find's echt nicht mehr gruselig. Also ich kann verstehen, dass die Jungs sagen, ja, pff, ist halt nicht gruselig. Ja, der Puls geht hoch, gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, so, pff, der Punkt, wo ich zum Beispiel gestorben bin bei, ähm, bei Alien Isolation. Das war eine ganz andere Situation, weil da war ich angespannt, weil von zwei Seiten Viecher kamen und ich nicht wusste, welches Viech kommt zuerst. Das war so dieser Jumpscare-Effekt, von wegen, die greifen mich, oder, unerwartet an. Jumpscares triggern mich hart, aber das, mh, schwierig. Sagte er und erschreckte sich beim nächsten Mal auf jeden Fall, also, mh. Toll Tore. Oh, oh, Elflin, ich dachte grad, du hast Tore gegendert. Ich dachte grad, hä, kann man die Tore innen? Es ist spät. Es ist spät. Kann man die Tore innen von der Werkstatt auch streichen? Also wenn ich sehe, wie du immer Geld bekommst für den Kacke, den du machst, ne? Also das ist das allerletzte. Das ist doch keine ehrliche Arbeit, was du da machst. Das ist alles Fake-Scheiße. Du bist scheiße, die Leute. Und mit deiner komischen Art in der Stimme und dann immer, hey, hey, oh, den Putschkos verjubelt. Ich hör erst auf damit, bis mir jemand was zonatet. Oh Gott. Sonja ist so krass. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Was ist passiert? Moment. Aber was ist passiert? Sie dreht sich weg, dreht sich wieder hin und erschreckt sich. Aber sie redet... Das macht gar keinen Sinn. Ich dachte die ganze Zeit, dass sie schon mit dieser Person redet. Ich bin aber gerade von ausgegangen, dass sie schon die ganze Zeit mit ihm redet. Und als sie dann was sagt, erschreckt sie sich. Okay, ja, klar. Verstehe. Vielleicht war er in den Spiegel. Ja, dachte ich auch, als er es in den Spiegel geguckt hat und sich deswegen erschreckt hat. Ähm. Nein. Ähm. Sehr belastet. Ich weiß, wie stark und kein sinnvoll. Abonnieren. Abonnieren. Twist against Germany. Ah, warte. So, guckt es euch auch nochmal an. Gebt ein Like. Ja. Ich fand sie mal wieder göttlich. Twitch Clips. Chapeau. Chapeau. Ach ja. Ja. Oh, scheiße. Wie ist das? Oh, geil. Ach ja, herrlich. Ähm. Aber geht auf Twitch Clips. Macht... Setzt ein Like. Gibt ein Abo. Ja. Ihr wisst. Ja. Eine Hand wischt die andere und Twitch Clips hat es einfach verdient. Das sag ich nicht nur, weil er bei mir im Chat ist, sondern das ist auch richtig so. Nee. Spaß beiseite. Für so eine Arbeit, für so eine geile Arbeit, das muss man einfach würdigen. Ich verneige mich vor ihm. Ach. Ja. Ja.